Wie bereite ich mich für das Vorsprechen an der Schauspielschule vor? Prinzipiell gehe ich bei allen Rollen eigentlich immer sehr ähnlich vor. Natürlich wähle ich mir die Szene erstmal aus, druck sie mir aus und lese sie mir dann erstmal durch. Ich spreche sie mit und dann beginnt es auswendig lernen, indem ich sie mir so oft selbst aufschreibe, bis ich sie auswendig kann. Ich will ja eins mit der Person werden und wenn ich den Text nicht zu 100% kann, dann wird man das in meinem Gesicht sehen. Ich spreche vor dem Spiegel, ins Leere und auch einfach mit einer Person hinter der Kamera vor. Und wenn es sich wie hier um einen Dialog handelt, versuche ich auch immer die andere Rolle spielen zu können, um die auch zu verstehen. Und dann geht es ans Eingemachte, man wird immer besser und spielt eben die finale Szene dann vor. Und so bereite ich mich auf das Vorsprechen vor.